Was geht ab, YouTube? Neuer Vlog, neuer Tag, neuer Start in die Woche. Mein Brat Gianni hier und Kamil nimmt euch mit zum Volleyballturnier. Assalamu alaikum, mabarakaru. Bin angezogen. In Strada. Steven ist wie Benna, am Schlafen. Aber das ist okay, weil es ist 37. Ihr seht ihr, ich bin jetzt hier. Ich nehme euch wieder mit. Wir haben heute ein Valkaballturnier, es ist letzter Tag. Danach, sie ist locker. Was sie will, ich mache einen Wurf in dein Kopf. Allah, bismillah, alles gut. Seine Brotten nicht vergessen. Ein damit, eine so große Tropfen weg. Das ist anpassen, ist gut. Bisschen Wasser, durchkaufen. Heute leider ist es mir ein bisschen erkältet, aber ich werde heute alle ein bisschen rasieren. Danach komme ich mit dieser Traverse Hause, natürlich. Leute, das ist Ham City, wenn ihr den Hintergrund vielleicht habt. Ah ja, Wallah, genau wo ich filme, die machen aus. Auf jeden Fall, ich bin jetzt da. Natürlich bin ich der Letzte. Jeder hat Sporttasche, Mottasche. Boah, Leute, wir hatten auf jeden Fall drei Spiele jetzt. Wir haben, Alhamdulillah, alles gewonnen. Jetzt sind wir im Finale, wir spielen gegen die Siebener-Gewinner. Also wir spielen immer gegen 8a, 8b, 8c und wir sind halt 8d. Dann hatten wir drei Spiele und jetzt spielen wir gegen die Siebener. Und wenn wir das jetzt gewinnen, dann haben wir den Pokal. Und dann seht ihr hier was in der Hand. Gleich, wenn ich diese Pokale in der Hand habe, ihr seht mich genauso. So, Leute. Wir haben diese Kamera. Leider diese Trophäe, habe ich ja gesagt. Ich halte diese so. Leider halte ich nicht so. Wir haben gegen die Siebener gespielt, aber leider verloren. Wir haben gewonnen, wir haben gewonnen, wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen, wir sind Gruppensieger. Wir haben gewonnen, wir sind Gruppensieger. Gewonnen. So, Leute. Wir haben diese Tournee, habe ich ja schon erzählt, verkackt. Egal. Wir sind Erster. Wir sind Erster. Aus unserem Jahrgang sind wir Erster, aber aus diesem Dienstag sind wir auf jeden Fall nicht Erster. Ihr seht, ich habe gerade ein paar Leute Haare schnitten. Da werden noch ein, zwei jetzt davor kommen. So. Oh, meine lieben Freunde von heute, von gestern, von ganz, seit wir diese Kamera haben. Mein Bruder, mein Ali, wir haben gleich Training, Boxen und ich würde mal sagen, wir nehmen euch wieder mit. Weil, bock, danach mache ich schön Grappling. Ich werde den auf jeden Fall auseinander nehmen. Und zu dem Endergebnis von Aschnitt, weil die Kamera von, diese Kamera, Batterie war leer. Ich habe jetzt gewechselt, handvoller, frisch. Jetzt einmal wollen wir zeigen den Übergang. Wish, wish, wish. Ich habe jetzt, ich fahre jetzt gerade Ali. Also, ihr seht, ich bin hier ohne Ali. Ali ist ganz hinten. Bei der Schranke und dann weiter noch rechts. Da hinten ist der, der steht da allein. Ich habe gesagt, ich halte meine Tasche. Wenn der Bus kommt, gehe rein, nehme meine Tasche mit und fahre bis zur Box. Meine Mutter bringt mich, muss ich auf Toilette. Ich habe Durchfall. Durchfall. Sag ich. Aber, wenn wir, wenn er gleich, ey. Wenn der gleich Bus kommt. Hier wird er live dabei sein, wenn der Bus kommt. Dann werden wir einsteigen und dann wird er sich wundern. Mal gucken, was seine Reaktion ist. Er wird bestimmt, ich sag euch so. Er wird bestimmt sagen, ey, ich dachte, du gehst auf Toilette. Ja, ihr werdet sehen, Leute. Was ist deine Reaktion? Schlimm. Ich habe mir gedacht, Kamerl hat sein Nix. Ich bin auf die Tasche, ich bin hierher genommen. Ich muss mich zwei Taschen tragen. Ja, meine Reaktion, ich habe gesagt, dass du wir sagen. Was habe ich schon mal gesagt? Wir sind jetzt da. Ich ziehe meine Box schon, dann geht's los. Ich bin auf jeden Fall der Schlechteste. Soll springen, soll springen in ganz Boxen. Leute, ernst, zwei Farben. Matte, blau. Ich bin doof. Matte, weil ich bin lau. Doch, weil ich bin noch lauer. Ja, Leute, ich habe jetzt schon mehr gemacht. Also, nicht, dass ihr denkt, ich mache kein Training. Das Endformtraining, das beste Grappling gegen den Ali. Ich werde den jetzt auseinandernehmen. Wenn es losgeht, dann geht's los. Also, ey, Mann. Leute, ich muss reinkommen. Ja, ich bin kein richtiger Insaflenzer. Schreib gerne ein paar Tipps rein. In die Kommentare. Jungs, ich möchte gehen. Kommt, haut rein. Wir gehen jetzt, kommt, haut rein. Ich habe was gesagt. Wir gehen jetzt, wirklich, wir gehen. Hat auch kein Grappling, Jungs. So, Leute, was geht ab? Ja, ja, mein Bruder Kamil hat den YouTube-Vlog schon ein wenig gestartet. Alum, steh mal auf. Wir haben gleich 7 Uhr. Der Junge hat Ferien. Straße, was, 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 wie 7 Uhr aufsteht? Geh mal Ferien, Straße. Wir fahren heute nach Köln, Leute. Und wir drehen heute einen Podcast. Wir nehmen euch ein wenig mit. Let's go. Aber erst mal wird gebetet. Es ist 18 Uhr nach. In 2 Minuten kommt der Zug. Bruder, wir müssen uns herbe beeilen. Ich kann das schaffen jetzt, wenn ich sprinte. Du? Bruder, ich schaffe das. Ja? Ich halte die Tür auf, Bruder. Wegen uns wird, glaube ich, Zug Verspätung haben. 2 Minuten. Wird sich in die Länge ziehen. Also, Leute, falls einer das sehen sollte, der auch in dem Zug ist und der beschwert sich wegen 5 Minuten Verspätung, sorry. Ah! Ah, ja, ja, ja. Gleich 12, Bruder, gleich 12. Gleich 12. Okay, okay, ganz chill dich, Bruder. Hey, hey, hey. Bruder, wir sind da, wir sind da. Beruhig dich, tranquill. Tranquill, Bruder. Nichts gegessen, nichts getrunken. Ich bin schuld. Ja, du ja. Aber gleich kommt diese Suppe wieder raus. Es wird so voll, Bruder. Wir werden nicht sitzen können. Ich sage dir ehrlich. Oh, la, la, bombo, klar. Look at this, la, bombo, la, la. Look at that, bombo, klar, la. Ja, Bruder, klar, la, go, ja, was ja. Bruder, du brauchst einen Sitzplatz. Wie bist du kämpft? Bruder, jetzt, jetzt wird. Jetzt, wenn du einen Sitzplatz kriegst, dann bist du Löwe. Aber wenn du stehen musst, Bruder, dann bist du Miu Miu. Miu Miu. Leute, wir sind in Köln-Mülheim, ja? Köln-Mülheim. Kölner Dom. Kam und dachte, ernst, das ist der Kölner Dom da hinten. Du schämst dich gar nicht, Bruder. Köln Hauptbahnhof, Ausstieg links. Jetzt wieder Mikro, Bruder. Ich küsch dein Herz. Wala, 80 Mal, sag ich dir das. Ist doch egal. Nein, Bruder. Doch. Wala, mach nicht diese Schiene auf, cool, ist doch egal und so. Aber ich... Ich sag Ihnen, na, aber, Bruder, du musst das lernen irgendwann. Ja, ich mach das doch nicht extra, ja? Aber, Bruder, jedes Mal machst du. Ja, jedes Mal. Ja. Weil ich jedes Mal vergesse, ja. Jetzt hab ich keinen Bock. Was geht ab, Leute? Wir sind in Köln-City. Sei leid, ich hab richtig Bock. Der ist sauer, ja? Der muss lernen, der darf nicht direkt beleidigt sein. Bruder, muss happy sein, weißt du warum? Wir sind all the tickets. Wieso bin ich nach Köln gekommen, Bruder? Ich küsch dein Herz. Ich zahle nicht drauf, du zahlst. Ich hab mir schon gehofft, dass wir gepackt werden. Ah, damit auf... Ah, der macht diese Schiene, Leute. Wala, Ayub, ich sag euch ehrlich. Ich sag dein Nackt. Ja, ja. Bruder, was sagst du zum Kölner Dom, das erste Mal? Groß, aber scheiß Wetter. Boah, normalerweise, das ist ein Coop, aber... Aber nichts, weil hier kaputt ist. Bruder. Wo ist dein Vater? Er macht diese Läpple. Zeig mal auf andere Seite, wenn du das bei einem anderen machst. Die Mami. Wir sind jetzt hier angekommen. Kevin Abi hat uns abgeholt. Und mein Bruder. Hurra, danke erstmal für die Einladung. Ey, Leute. Ihr wisst doch, wer das ist. Das ist die... Wie sagt man? Dieter Bohlen von Find the Pro. Und wir sind jetzt bei ihm im Podcast. Wir haben die Ehre. Und quatschen jetzt ein wenig über Fußball, Leute. Willst du noch was dazu sagen, mein Bruder? Erstmal werden wir uns fertig machen, damit wir auch gut aussehen. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Und dann geht's los. Dann geht's los, dann geht's los, Leute. So, Leute. Hier ist das, wo wir sind. Podcast. Also die Location. Kader hier. Die Trikots. Boah. Ästhetik pur. Nostalgie. Omar Abi da hinten. Kamil, was ist das für Schuhe, Bruder? Das ist ein Kaiser. Kaiser? Ja. Leute, was sagt ihr in den Kommentaren? Sind das Kaiser, Coppa Mundial oder Tiempo? Schreibt rein. Macht keine Fehler. So, wir sind jetzt hier bei mir. Da sind die Jungs. Die machen jetzt einen Weltklasse-Podcast. Einen Butterweich-Wür-Honig-Podcast. Die Maschine Reuter. Da hinten, den man unschwer erkennen kann. Das ist der sympathische Kader von KMS Training. Mit 2,5 Millionen Follower. Leute, checkt drei Haas ab. Genau, checkt drei Haas ab. Mein Check, mein Check. Ihr abonnieren, unterstützt die Jungs. Die haben jetzt neu angefangen mit YouTube. Passt mal Liebe da. Dankeschön. Und zeigt einfach den Leuten, dass sich die Mühe lohnt. Weil sonst hören die zu früh auf. Und das wäre zu schade, weil das sind zwei sehr talentierte Jungs, die sehr unterhaltsam sind. Äh, ich war nicht da. Er ruft mich an. Ey, die wollen mich hauen und so. Und ich sag, Bruder, ey, ich muss das selber regeln, weil das ist, so läuft das nicht. Warte, 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 warte. Irgendwo in Köln City, Leute. Zeig euch nur ein. Die sind nice. Ja, was steht da? Was steht da? Crazy fast. Ich wollte dein Englisch testen. Das heißt, wir sind crazy fast. Einfach hier, Leute, gebt euch. Xejov, Erba Pura. Und dann hier, 3H, Cappy, T-Shirt. Aber wir müssen jetzt. Nein, nicht jetzt. Nein, Bruder, nein. Einmal so. Einmal so. Setz dich hin. Setz dich hin. Salam alaikum, dieser Beat wird geklatscht. Kennt ihr das? Man hat neue Fußballschuhe. Zeig mal jetzt den klassischen Move. Genau diese. Hey, Freunde von heute, von dem Morgen. Ist es mein Bruder hier am Chillen? Wie eine Bosche. Ihr seht, ich habe gerade seine Deberfee frisch gemacht. Hinter frisch gemacht. Hier frisch gemacht. Hier backt frisch gemacht. Unten schmackt frisch. Dann ist alles wie Fisch. Wie morgen, ihr werdet sehen. Ich werde nicht so viel verraten. Letzend Dingsau bei euch essen, Timo. Ernst? Ja. Mit wem? Dein Familie. Was hat er gesagt? Bis 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 an. Ehrgit ja? Sag. Der hat so gegessen. Ach, nicht, Jakob. Leute von? Alter. Hahaha. Mein Bruder ist back. Ich gehe jetzt ein bisschen auf den Platz. Das Wetter ist ernst. Ekelhaft, ne, Bruder? Das Wetter. Es bockt nicht. Es bockt nicht. Es bockt nicht. Ja, Bruder? Kami geht jetzt angeln und nehmt euch mit. So Leute, ich glaube, das Special wird doch nicht kommen, weil ihr seht, dieses Wetter, unmöglich. Wäre nicht so ein Wetter, hättet ihr Special gesehen. Aber vielleicht morgen, ne? Das habe ich leider nicht in der Hand. Aber Steven wird euch dann bestimmt weiter mitnehmen. Ich gehe jetzt zu meinem Onkel und helfe ihm ein bisschen. Wenn wir sehen, wollen wir uns alle. Ciao. Leute, fertig mit dem Training. Äh, also schon ein bisschen länger. Äh, ich muss jetzt auf jeden Fall duschen. Kami wollte angeln gehen und euch mitnehmen. Stattdessen machen wir heute Abend einen Baba Burger, ja? Für TikTok. Für euch YouTuber leider nicht. Aber das war es noch nicht mit dem Vlog. Leute von heute. Bruder, haben wir schon heute gesagt? Heute ist immer noch heute. Kami wollte eigentlich angeln, ne? Das war Hochwasser. Es war Hochwasser und... Das war, äh, neben dieser See, neben dieser, äh, Dings, Fluss, war ein anderer Fluss, obwohl da nur ein Fluss war. Ich gehe jetzt Erika, äh, ich hole, äh, Patties. Was soll ich noch holen? Weil wir machen Burger. Wir machen Burger. Ey, Leute, ich reiß dann, holst du gleich gar nichts. Ey. Mann, schau. Komm her. Komm her, eins gegen eins. Komm her, eins gegen eins. Bruder! Oh shit, man. Wie wird der Burger? Sei mal ehrlich. Bruder war ich wie Honig. Ich sag euch ehrlich, Kami macht in meinen Augen immer die besten Burger. Du willst Smash Burger machen, ne, Bro? Smash Burger. Ich zeig euch das Endergebnis, weil diese Burger-Tutorial seht ihr auf TikTok. Geschmack für dich 10 von 10, ich sag euch ehrlich. Ich muss jetzt los, das ist das Problem. Deswegen haben wir auf Schnellewelle nur einen Burger gemacht. Gleich, ne? So, Leute von heute, wir müssen jetzt auf jeden Fall... Leute von heute auseinander genommen, ne? Besser reden Sie nicht. Auf jeden Fall, Leute, wir sind jetzt gerade... Wir haben... Kamil hat gerade den Burger gemacht. Wir fahren jetzt unsere kleine Schwester abholen. Also meine kleine Schwester und deine große Schwester. Die Brüder supporten, ihr wisst doch immer. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen, ne? Ja. Und der nächste Vlog wird krasser, oder, Bruder? Ja. Wie man auf YouTube halt immer macht... Like'n, abonnieren, Glock aktivieren und wir sehen uns im nächsten Mal. Da fehlt aber noch was, da fehlt aber noch was. Bleibt alle... Und da war ich wie unisch.